Wir starten das Damenfinale vom Kupenkampf 2018. Ganz umgekehrt geradeaus. Was soll die Kamestelle in der Barth? Verteilung nach zwei Wählerjähnen. Angespuckt, direkt zurückläuft. Mit je zwei Wählerjähnen, erstes und zweites Tor, fuhr! Verteilung nach zwei Wählerjähnen. Auf der anderen Seite bewährt man unter Mühe gerade die Saugleitung und die Leine. Und Bahn 2, weiß ich, ja, die 2, passt gut. Bahn 1 kann ich schon berichten, 17,63, wie gesagt, die beste Seite der Durchgänge, die Sie eigentlich schon gehabt haben. Mit 17,63 fehlerfreien Koalition, unsere Damen. Vielen Dank. Applaus 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 So, heute hat er 17.63 vor die Zeit der Damen aus Elstamm-Karlaner und 17.91 die Zeit von Rudersdorf, der Damen weder gleich somit gewinnt. Die Damen werden dann heute die Lokalautor aus Elstamm-Karlaner, kommt auf den zweiten Platz, die Damen aus Elstamm-Karlaner und 17.91. Gratulation!